Also ich habe viele verschiedene Sachen entwickelt oder gelernt in dieser Zeit, also zum Beispiel eine ganz tiefe, dadurch, dass ich ja draußen lebte und mich von der Natur ernährt habe und draußen geschlafen und gelebt habe. Ich habe mich zum Beispiel auch in Bächen oder Flüssen gewaschen und habe wirklich richtig draußen gelebt, ebenso wie die Menschen vor Zehntausenden oder Millionen von Jahren und dadurch einfach eine ganz tiefe Verbundenheit zur Erde entwickelt und auch eine ganz tiefe Dankbarkeit, dass ich eben getragen bin, dass ich beschützt bin, behütet bin oder auch alleine, dass ich immer genügend Essen gefunden habe. Also dadurch ist so eine ganz tiefe Verbundenheit entstanden und also ich habe irgendwann dann wirklich mich als Teil dieser Erde wahrgenommen.